Wir sind ein paar Hühner entkommen beim Stallbauen. Ich töte sie aber jetzt. Nein, nicht. Oh, nicht Hühner töten. Bannotrei. Feuio zusammen herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cratchelanding mit Miri. Hallo. Und Huni ist ausgeböxt. Huni ist weg. Es ist einfach an mir vorbei, aus der Tür rausgelaufen. Es ist weggelaufen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Es ist auf die Druckplatte gestanden, dann ist die Tür aufgegangen und ist rausgegangen. Voll zu kotzen. Er ist wahrscheinlich gestorben an den blöden Stacheln, die noch draußen sind. Ja, super. Was habe ich gerade offscreen kurz gemacht? Ich habe den Bogen fertig gebaut. Ja, da hat sich der Bogen jetzt fertig. Miri hat auch einen coolen Bogen gekriegt. Und ich habe angefangen, Glas zu schmelzen für unseren neues Jetpack. Hurra. Weil das ist ja so toll, noch mehr Jetpacks zu bauen. Weil das eine kleine Ding halt scheiße ist. Also, das ist doch zum Kotzen. Ehrlich. Dass man aber auch nichts wiederverwenden kann von den alten Teilen, nervt mich am allermeisten. Ich muss vier Stück von den Energy Cells bauen. Und ich habe jetzt eine. Nein. Warum geht das jetzt wieder nicht? Jetzt wieder vergessen. Leading jetzt vor euch. Kacke. Ich meine, hier war alles leer. Nein, nicht Leading. Nein, nicht aus Leading. Doch, muss ich doch aus Leading bauen. Okay. Ich dachte schon. So, da braucht man die Harden nicht. Dafür braucht man Leadstone Energy Cells. Und dann brauchen wir die hier. Zack. Jetzt müssen wir daraus nur schnell. Also, ich brauche. Da wir das ja viermal machen müssen, brauchen wir also viermal vier. Sechzehn Inva. Sechzehn und zwölf Copper. Lass mich raten. So viel habe ich nicht mehr im Ansatz. Doch, ich habe fast so viel. Scheiße. Da war eine Eins fehlt. Inva. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Copper habe ich auch genug. Nur. Wo kriege ich jetzt noch schnell Inva her? Das war Eisen plus Nickel. Und Nickel gab es hier nicht. Das war Furiosa oder sowas hieß das hier. Feuerio. Einmal sortieren. Feruze oder sowas. Doch, es gab Nickel. Es gibt doch Nickel. Okay, alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Alles gut. Kein Problem für den King hier. So. Machen wir jetzt ganz schnell noch ein bisschen Inva. Ich hoffe, ach, da ist sogar noch Eisen drin. Ja, sehr schön. Und was machst du da draußen? Hast du unsere Base jetzt erweitert? Ja, mehr oder weniger. Darf ich gucken? Das ist aber noch kein Durchgang. Können wir nicht aufmachen hier, die Wand? Doch, natürlich kannst du nicht vorbeilaufen. Dann musst du aber die ganzen Stacheln wegmachen, wenn du die Wand aufmachst. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Besser als wenn wir dieses kleine Stahl, dieser Mini-Schweinestahl, mein Schatz. Was hast du denn da gemacht? Wieso Mini? Ach, der ist verbunden. Jetzt sehe ich das erst. Wie süß. Du Mini, wo soll denn der Mini sein? Boah, die Stacheln gehen ja gar nicht langsam abzubauen. Hast du mal versucht mit deiner Axt, vielleicht geht es damit ja schneller. Ja, damit baue ich nur die ganze Wand auf einmal ab. Und die ganze Schutzmauer. Ich meine, die Axt hier, die Stacheln, vielleicht gehen ja damit auch schneller ab. Kacke. Das geht ja schnell, meine Güte. Hast du überhaupt draußen die Bungee-Sticks alle neu gebaut? Also rundherum. Nee, au! Mit wem kämpfst du denn da schon wieder? Mit niemand. Nö, nö. Los, macht ein neues Schweinchen. Los, schneller. Hallo? Kannst du doch nicht... Wie klingt denn das so? Was macht Neuschweinchen? Ja? Wir sind doch hier nicht im Bordell. Nee. Nein. Wir sind die einzige Fleischquelle, die wir momentan haben. Naja, wenn wir endlich mal richtiges Getreide hätten, dann hätten wir mehr. Ja, aber wo gibt es das? Angeblich in den Städten. Ich muss nochmal gucken. Vielleicht finde ich ja wirklich mal irgendwas. Aber erstmal brauche ich das Bessere. Jatte-Packe. Ähm, ich hab gleich die Stacheln alle weg. Mit einer Waffe kriegt man die schneller abgebaut. Ich wusste, mit irgendwas musste das ja schneller gehen. Ähm, kannst du also schon mal die Wand einreißen. Was glaubst du, was ich hier hinten gerade mag? Ich weiß nicht, sehe dich nicht. Gucke mir Stacheln an. Ich bin hinter dir. Oh, toll, ich liebe Stacheln. Oh, los, ich stelle mich in die Stacheln. Warum? Nein, das tue ich nicht. Keine Sorge. So weit ist noch nicht mit mir. Äh. Wie, äh? Äh. Gib dir gleich, äh? Ich muss nachher an der Wand aufpassen. Da ist doch irgendwo das Gehege von den Hühnern. Ja. Ist mit der Wand verbunden, glaube ich. Ja. Ja. Da sollte ich vielleicht einen Zaun hinbauen. Wäre ja nicht schlecht. Sonst haben wir gar keine Hühner mehr. Ich bringe die Hühner alle da hinten hin, zu dem anderen. Ja, und wie bringe ich die Hühner da hin? Weiß ich nicht. Fang. Es gibt Safari-Netze. Du kannst Safari-Netze bauen. Stimmt. Gibt es hier Safari-Netze? Warte. Safari. Ja. Die sind ganz einfach zu bauen. Die kannst du wieder benutzen. Äh. Vier Enderperlen und eine Gastier. Oh ja, das ist ja einfach zu bauen. Wir haben gar keine Gastier. Pst. Wenn wir eine hätten, wäre es einfach zu bauen. Warte. Die, die doch, warte. Vielleicht haben wir doch eine. Ich hab noch nicht, bin ich ganz sicher. Ob wir nicht wirklich eine haben. Wo bist du hin? In unseren Kisten sind keine. Nicht? Nicht in der Drop-Mop-Mop-Drop-Kiste? Nein, ich hab doch gerade nachgeguckt. Warum guckst du jetzt nochmal? Aua, lass mich doch. Weil ich nicht sicher bin, wo ich sie hingetan haben könnte. Vielleicht hab ich sie einfach woanders hingetan, als wo sie eigentlich hingehören. Das wäre mir zuzutrauen. Oh, ich verhungere gleich. Nicht gut. Gast hier. Haben wir echt nicht? Ich kann schwören, ich hab eine schon gesehen. Gucken wir doch mal unten in die Kiste hier. Wo können die herkommen? Gast. Tears. Ja, ich sag ja. Ach, nee. Aha. Wir müssen Soulcent dafür verwandeln. Ach ja, da war ja was. Kacke. Okay, wir haben keine Gast hier. Dann hat sie das, äh, erledigt mit dem Safari. Tut mir leid. Tut mir leid. Ist mein Inva fertig? Ja. Hab's fertig gemacht. Danke. Ja, wirklich. 30 Stück. Sag ich doch, ich hab's fertig gemacht. Ich brauche nur eins. So. Dann können wir jetzt, nämlich. Und zwar. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm. Na. Jet Pack. Ich hätte auch echt von Anfang an einfach das Bessere bauen können. Aber nein. Nein. Bei Louis muss natürlich nicht das machen, was Sinn macht. Sondern lieber irgendwas anderes. Hier, Elektron brauche ich noch. Okay. Ding, ding, ding. Eins, zwei, drei, vier. Was fehlte jetzt? Ein Copper. Ernsthaft? Ein Copper. Nein, gar nicht wahr. Es fehlte nicht ein Copper. Hab ich mich jetzt mit dem Leadstone so verrechnet? Ja. Ja, hab ich mich. Natürlich, hab ich mich verrechnet. Hast du gut gemacht. Hallo, guck mal auf die Uhr. Kopfrechnung um diese Uhrzeit. 13 Uhr ist nicht anstrengend. Ja, klar. Kann ich verstehen. Ja, danke. So, jetzt haben wir die Battery Packs. Wir haben die Pneumatik Servus. Brauche ich nur zwei. Harnet Energie Conduit. Müsst ihr auch noch haben. Habe ich die? Nein, habe ich natürlich nicht. Äh, ricka, kapacchampau. Ähm. Drei-matik Servo. Die Energie Conduit brauche ich, weil wir müssen da Stärke draus machen. Die ja ganz einfach zu bauen sind. Hiermit. Hiermit. Let's down und dreimal Inwand, da geht's. Ups. Mir sind da ein paar Hühner entkommen beim Stall bauen. Ich töte sie aber jetzt. Nicht, nein. Nein, nicht. Oh, nicht Hühner töten. Waren nur drei. Ja, boah, war nur, nur. Das alleine, dass du sagst, nur sagt, dass du keinen Respekt vor unseren Hühnern hast. Äh, habe ich auch nicht. Schämst du dich eigentlich gar nicht? Nee. Ja, ich mich führe dich mit. Zufrieden? Zwei davon. So, jetzt brauchen wir nur noch. Das habe ich, das habe ich, das habe ich. Innen habe ich, jetzt wird es eine neue scheiß Platine. Das kotzt mich so an, dass ich noch, also ich brauche Plastik und Platine. Wie viel Plastik habe ich denn noch? Sechs ist schon mal zu wenig. Und ich habe eine unassembled und die muss ich noch assemblen. Dafür habe ich aber zum Glück genug Kondensatoren und Widerstände. Glaub ich. Ich glaube, das waren zwei und zwei. 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 Richtig. Wohl nicht ganz. Mist. Wo habe ich mich jetzt schon wieder vertan? Hallo, Miri? Noch da? Nein. Hallo? Hallo? Drei und drei, nicht zwei und zwei. Deswegen. Yay. Printed Circuit Board. Haben wir jetzt auch zweimal. Jetzt habe ich einen Zaun an den Baum gesetzt. Ups. Kacke, habe ich doch nicht zweimal. Nein. Oh, ich will nicht mehr. Schon wieder was falsch gemacht. Nein, ich muss jetzt noch eine Platine beschichten lassen. Beleuchten, infrarotisieren. Wie auch immer man das nennen soll. So, PCB. Hier. MTP-CB. Edge success chance row in etching asset to develop. Ach, kacke. Die ist schon. Ist schon verwandelt. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Habe ich noch? Exit. Eschein. Säure, halt. Ach, jetzt muss ich das auch nochmal machen, oder was? Wie soll man denn hier in diesem Projekt vorankommen, wenn man alles immer so mega umständlich machen muss? Oh. Ja. 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 Oh. Das nervig. Ich muss jetzt alles wegräumen, weil jetzt muss ich erst Säure herstellen. Huff. Acid. Das war zwei Gunn, zwei Rotten, zwei Plastik, Creeper, zwei Spider-Eyes und weißer Nattertäusch. Zwei Rotten. Zwei Gunpowder. Zwei Spinnenaugen. Einmal mit Wasser. Schaut sie, hast du einen Eimer mit Wasser für mich? Ja. Wo denn? In meine Essenskiste. Ich bring ihn dir. Ich bring ihn dir doch nicht, weil ich ein volles Inventar habe. Habe ich ihn mir genommen. Und zweimal grünes Plastik aus, ne? Hast du ja fünf Sachen. Creeperplants. Habe ich wahrscheinlich nicht mehr. Also, aber Creeper, weiß ich, dass wir davon ohne Ende Samen haben. Genau. So. Dann machen wir jetzt erst das Plastik. Pla, 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 pla. Pla. Ist noch auf Pla gestellt. Juhu, wir können wieder die Druckkammer beobachten. Juhu. Blut, blut, blut. Plupp. Tschüss. Das ging aber mal schnell. Komm, wir gehen mal in den Plastik. Schneller. Hallo, Schatzi. Was suchst du? Au. Au. Ich habe nichts gesucht. Alles gut. Ich habe gar nichts getan. Und immer tötest du mich nur. Wo tötet ich dich denn? Ja, du willst mich umbringen. Das sehen meine Zuschauer auch. Ja, ja. Ja? Ja, ja. So, man muss da rauskommen. Etch. Etch. Also. Das, 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 das und das. Yay. Jetzt kommt da Zeug rein. Ich liebe diese Maschine. Ich liebe sie einfach zu beobachten, wie die Maschine das ganze Zeug da rein nimmt und dann das Zeug verwandelt. Das finde ich voll lustig. Los, los, los. Nimm doch mal mehr als immer nur ein Teil. Meine Güte. Diese blöde Druckkammer. Da verliert sich auch noch Druck bei. Hallo. Schneller. Könnte man ein Upgrade reinhauen, dass es schneller geht, oder? Kann man die upgraden? Ja, man kann sie. Dann wird sie einfach Speed Upgrade drauf und dann öffnet sie die Klappen vielleicht schneller. Fehlt nur noch Plastik. Und, 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 und. Könnte ich eigentlich eine größere Druckkammer bauen? Macht das Sinn? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich bin ja nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht. Zack. Fertig. Beste Maschine der Welt. Ich liebe sie. Ich muss sie auf jeden Fall in anderen Projekten auch mal bauen. Das ist so cool. Ich weiß noch nicht, ob es da Sinn macht, sowas zu haben. Aber, wer weiß. Wir machen das Zeug jetzt hier unten in den Keller. Wlupp. Und ich muss halt immer aufpassen, dass ich die ab und zu mal rausnehme, die scheiß Platine. Aus der Säure. Weiß zwar noch nicht wie, aber... Fertig. Fertig. Jetzt. Fertig. Fertig. Ja, genau. Macht doch gar nicht Schaden. Oh, wow. Ein Prozent schon. Das geht ja schnell. Scheiße. Dauert das lange. Und ich muss aufpassen, dass sie nicht despawnt. Was ist das für eine Kacke, wenn die despawnt, ne? Dann heule ich aber. Außer brauche ich noch zwei Kapazitoren. Wie baut man die denn nochmal? Oh, die Sonne geht unter und ich bin auch draußen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ne. Zwei Compressed Iron, ein Iron und Lightning Zeug. Und ich hatte noch ein Zeug. Fertig. Komm, ihr heile zurück, bitte. Braucht dich noch. Nicht sterben. Nicht heute zumindest. Bin schon wieder da. Gut. Oh, jetzt setze ich auf den Baum. Juppi. Platsch. Gibst du mir meinen Wassereimer nachher wieder zurück oder ist der weg? Der kriegst du... Achso. Ja, doch. Kann ich dir gleich wiedergeben. Warte, ich muss gerade nur schnell was nachgucken. Lightning Plant Seed. Lightning Plant Seed. Lightning Plant Seed. Da. Schatzi. Hier. Hallo. Hier. Da. Dankeschön. Was? Danke fürs Leiden. Ja, ja. Gern. So. Klar. So rauskommen. Und da kommen zwei Redstone rein. Zweimal Lightning Plant Seed und zwei Eisen. Nein, habe ich das gerade wirklich so gemacht? Ich Idiot. Stopp. Stopp. Raus mit dem Teil, was ich da reingeschubst habe. Das war aber dumm jetzt. Zuerst noch verwandeln. So. Jetzt können wir das Plastik da reinhauen. Wie dumm. Die, 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 die. Sie verliert so langsam, aber sicher an Druck, die Druckkammer. Da muss ich ja irgendwann nochmal ein bisschen. Ja, ein bisschen geht ja durch so eine Schleuse immer verloren. Zwar nicht so viel, wie als wenn ich es von Hand mache, wo mal alles weg war, aber ein bisschen lässt sie leider nicht verhindern. So, der Filter muss jetzt auf. Wie heißen die Dinger, die ich bauen wollte? Keine Ahnung. Ich schreibe jetzt einfach irgendwas rein. So. Das kommt bestimmt nicht drin vor. Dies. Zweimal Redstone. Und. Compressed Iron. Jetzt gucken wir nochmal nach unserer Platine. Hallo. Haben wir in die Säure gesprungen. Wie viel bist du jetzt gemacht worden? Oh, sechs. Okay. Es geht. 56 Prozent geht ja sogar. Dann geht es ja einigermaßen schnell. Trotzdem dauert es mir zu lang. Und ich freue mich drauf, wenn das endlich automatisiert ist. Aber dafür muss ich erst nochmal eine Runde in die Stadt. Und das geht nur mit besserem Jetpack. Und überhaupt. So. Kondensatoren sind fertig. Oder Transistor. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich da gebaut habe. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das war es mit der heutigen Folge. Wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, lasst ein Läufchen da oben da. Und schaltet die Tage zur nächsten Folge ein. In dem Sinne. Hau darin. Macht's gut. Und, ähm, tschüss. 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 Vielen Dank.